Es ist jetzt gleich 9 Uhr. Juno Makoto und ich sind bereits schon wach. Also mein Mann und Myona sind auch wach, aber die sind noch oben. Wir sind heute ziemlich gut in den Tag gestartet. Ich werde jetzt noch ein wenig den Haushalt erledigen und dann fahren wir auch schon an den Flughafen. Denn heute kommt meine Freundin aus Deutschland in Japan an. Sie wird mich vier Wochen lang besuchen kommen. Und da sie sowieso schon sehr oft in Japan war, ist das gar nicht so schlimm, dass wir die meiste Zeit wahrscheinlich zu Hause sitzen werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Und auf geht's! Ja, endlich geht's los! Ich freue mich auf jeden Fall. 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 Ach, es ist einfach so schön, dass meine Freundin jetzt hier ist. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt viel Zeit miteinander verbringen können. Für heute habe ich mir überlegt, dass ich gleich Miuna ihre Kindergartenuniform anziehen werde. Ich kann es nur nämlich auch nicht mehr länger abwarten, sie darin zu sehen, wer sie ihr dann gleich anziehen, wenn Jun und Makoto zum Mittagsschlaf eingeschlafen sind. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, wie der Papa immer zur Arbeit trägt. Ich freue mich auf jeden Fall. 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 Du findest, dir passt das alles super, aber es ist ein bisschen groß hier. Na, es ist groß. Aber wenn es dir gefällt, ist es ja okay. Warte mal. scoot... Wie süß. Du hast Angst, dass es so genauso gibt. Oh, schön! Die Verfolgung. Löw, du Classicös von Namen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir machen den Namen, der kommt halt noch aus dem Sport und die Form drauf. Super! Guck mal, hier sind noch ein paar Sachen, die du anprobieren müsstest. Dann, gehen wir! Ja, gehen wir! Ja, gehen wir! Miete, ne? Wie schön, ne? Wie schön! 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 Ist ein Kulli! Ja, wenn es kalt ist... Ja genau! abgesunken görüşt poor-anne. Wie schön! Ja, voll süß! Als nächstes dich kommt an die Form liegen! Jetzt Holy Prимость! Warte, ne? Ja, ich brauch die Toile zu sp baut! Also ich finde, Amina steht ihre Uniform unglaublich gut und sie sieht so süß darin aus. Nachdem sie ihre Sportuniform angezogen hatte, wollte sie unbedingt nochmal ihre normale Uniform anziehen und dann Kindergarten spielen. Das war so süß. Sie freut sich auf jeden Fall sehr darüber, ihre Uniform endlich anziehen zu dürfen. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie das mit der Einstellungsfeier ablaufen wird. Entschuldigung Makoto, ist gerade ein bisschen laut. Was ist denn los, Schatzi? Im Moment kann ja keiner abschätzen, wie sich die Lage noch entwickeln wird. Und ich hoffe einfach, dass sie ganz normal in den Kindergarten starten kann. Ist halt ein bisschen doof, weil das Schuljahr hier halt im April beginnt und es gerade aktuell eine eher schwierige Zeit ist. Hier endet das Video dann auch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye. Bis dahin, bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020